Viel Politprominenz ist heute zu Gast in Heide in Schleswig-Holstein. Denn hier soll richtig viel investiert werden. Und zwar in eine Batteriefabrik der schwedischen Firma Northvolt. Zum Baubeginn sind Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck angereist. Denn Bund und Land beteiligen sich mit 900 Mio. Euro an der Ansiedlung des Werkes. Hier soll künftig nicht weniger als die grünste Batterie der Welt in Serie produziert werden. Das ist zumindest der Plan des schwedischen Unternehmens Northvolt. Der Konzern will an der schleswig-holsteinischen Westküste bis zu 1 Mio. Batteriezellen für Elektroautos im Jahr bauen, nach eigenen Angaben 4,5 Mrd. Euro investieren und 3.000 Jobs schaffen. Der Grund, warum wir hierher nach Schleswig-Holstein und nach Heide gekommen sind, ist, dass wir den perfekten Ort gefunden haben, an dem es viel Onshore- und Offshore-Windenergie gibt. Und dass wir tatsächlich einen Ort in Deutschland gefunden haben, an dem wir einen Energieüberschuss haben. Und wir haben großartige Unterstützung von der deutschen Regierung erhalten. Bund und Land unterstützen den Bau der Fabrik mit 900 Mio. Euro. Schleswig-Holstein erhofft sich davon einen Schub für das ganze Land und insbesondere für die Westküste. Wir haben jetzt große Aufgaben vor uns. Denn damit das hier auch ein Riesengewinn für die Region wird, die Menschen auch erkennen, dass die zusätzlichen Arbeitsplätze, die hier entstehen, eben an vielen Orten auch ein Gewinn für diejenigen sind, die hier vor Ort auch leben. Von 2026 an soll die Produktion an der Westküste anlaufen. Laut Bundesregierung gäbe es bereits Verträge mit der Autoindustrie. Schauer, Schnee, teilweise Minustemperaturen in der Nacht. Aber auch Sonne, das ist das Wetter in Kurzform. Hier sind die Aussichten.